Warte, wo muss ich eigentlich, wo ist mein Turbo hin? Ach, ich hab, scheiß, ich hab den Bond-Turbo ausgebaut hier, ich Idiot. Ist es jetzt ohne Turbo, oder wie? Mhm. Ah, Mobilität wird überbewertet, ist okay. Himmelsdorf ist klein genug. Wo fährst du hin? Ach, der Linie. Schön, Schlachtergasse. Gib ihm. Ich mein, du könntest es auch probieren, ne? An die Hausecke ran, da vorne, deine Cupola ist rechts, die kannst du da gut verstecken. Ja. Dann fahre ich in den Halldown. Die habe ich auf der APCR in Durchschlag. Supercon-Kanone ist. 326 geht. Könnte nur ein bisschen, könnte nur ein bisschen voll werden, ne? Könnte es, ja. Also I-75 hat die Stock-Tiger-2-Kanone, ne, 8-8er. Die schmeckt. Mit 42 Alpha, glaub ich, ja. Die Meta, es ist Hüggelsdorf, nicht Himmelsdorf, sondern in Hüggelsdorf mittlerweile. Ey, was die Leute immer da oben wollen, ich verstehe nicht. Ich bin langsam heavy, das haben wir wieder raus. Ja, vielleicht stelle ich mich erst mal hier oben rein. Ja, Schroda ist da gerade ein schöner Beet eigentlich. Ho! Nice Armor, VK. Mach den aber auch. Der Centurian spammt mich gerade mit Hash voll. Und wie viel macht er? Drei pro Schuss? Ja, 19, so. 19, neun? Oh, Scheiße. Wir haben gar nicht mehr Antenbrücken. Was? Äh, Standard B beschießt mich vom Bahnhof aus. Oh. Was machen die ganzen Chefjodler da gerade? Sag mir bitte nicht, dass wir den Hügel verlieren mit den ganzen Tanks da oben. Sieht so aus. Ich liebe danach aus, tatsächlich. Oh mein Gott. Alter, die haben sich ja alle weggeworfen. Das gibt's nicht. What the fuck? Alter Leute, what the hell? E75, die anderen. Ja, GG. Wir verlieren das hier drüben. Hardcore. E75, guck nach vorne. Meine Fresse. Krass, wie die von da oben jetzt hier einfach runter blicken können. Hallo? Entspann dich. Wenn die Frauen nicht versteht man, dass das, dass man das Online-Gaben nicht pausieren kann. Soll ich jetzt zu dir kommen oder mich schon mal umdrehen nach hinten? Ich kann nicht einschätzen, was hier passiert. Ja, ich auch nicht. Das ist gerade mein Problem. Ich weiß nur, dass wir jetzt gerade überall gepusht werden. Ja. Ich meine am Hügel, what the hell. Wir haben halt da heavy, wie sie aber nicht mal hochgefahren sind. Aber ist okay. Ne, wir sind fein hier tatsächlich. Also bleibt drüben, wenn's geht's. Wo ist jetzt der Leopard hin? Hä? 640er Roll. Nein. Hinter uns. Aber den kannst du gut bearbeiten. Ich stehe vorerst safe. Also muss ich ihn einfach pushen jetzt. Ja, sehr gut. Nice. Du hast ihn, ja? Noch nicht so richtig, aber... Du kannst einfach drauf fahren. Du kannst einfach drauf fahren. Der 430er ist mit mir beschäftigt, du. Der ist kein Problem für dich. Okay. Dann hab ich ihn. Aber warum? 30er guckt immer noch zu mir. Vielleicht kannst du ihn durchs Fenster nehmen oder so. Ja, warte, 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 warte. Nice. Warten Sie! So, ich muss mich mal ganz kurz hier zurück rückwärts rausziehen. Jawohl. Ich halte hier die Stellung gemeinsam mit dem E75. Ich denke, der Conway konnte tatsächlich zurück kommen. Ja, ich stelle mich in die andere Richtung dann. Ja, okay. E75 pusht jetzt. Bin ich kein Fan von. Ich komme zu dir. Ah, der Conway wartet oben. Das war Smart von ihm. Stellst du dich dann hier so hin, dass du die... Ich stelle mich da vorne hin. Ja. Ja, an die Ecke, ne? Genau. Ah, das ist One-Hit. Stritzwang, mach noch einen. Dann sind sie... Oh, jawohl, er killt den. Klasse. Ich fahr vorbei. Klar. Also WT sollte ich haben. Jawohl. Der hat die dicke Gun drauf, ne? Weiß ich nicht. Perfekt. Damit hat er nicht gerechnet. Kann sein, dass er 113er schon nach unten fährt, ne? Also bei mir ist er nicht gekommen. Jawohl. Wir wollen einfach gemeinsam mit dem Cap fahren. Unten rum. Und dann muss er gucken, dass er kommt. Ah, ja. Er schießt da eh. Er hat Fußball-Tarnung und schießt da eh. Okay. Ich push ihn. Okay, ich bin der AFK, solange du machst das. Er schießt hier und hat Fußball-Tarnung. Da muss ich einfach den Berg hochfahren. Glocks. Vielen Dank für die sieben Monate. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für den Resub. Ja, Mann. Schöne Runde. Es war ein Chaos. Ich hab das so verloren gesehen, das Gefecht da. Nachdem der ER in 100 gestorben war und so weiter. Ey, was ich richtig krass fand, die Maus fährt da am Fenster von mir von rechts nach links und ich spotte ihn erst im letzten Moment. Also obwohl er eigentlich da schon am Fenster... Keine Ahnung. Also, das find ich manchmal ein bisschen komisch. Der Chess-Gedächtnis-Panzer. Irgendwie, ich muss jedes Mal, wenn der Panzer ausgepackt wird... Ja, ich auch. Für mich heißt er auch nur noch Bad Chess. Aber ich habe ihn nicht in Chess-Gedächtnis-Tannung angemalt. Nein. Simonski, vielen Dank für die 42 Monate Tier 3 Support. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für das Dankeschön. So, ein Glück für euch. Eine Niederlage für Normalos. Ein Traum. Ja, für mich ist es normalerweise auch nicht so. Aber wenn ich schon mal mittwochs die Möglichkeit habe, dass meine Siegrate hier durch den kleinen Dresdner ein bisschen aufgebessert wird... Sag ich doch nicht nein! Allein schon, eigentlich egal mit wem man im Platoon spielt, allein das man im Platoon spielt, hat schon einen sehr großen Einfluss. Ja, aber es geht auch andersrum, ne? Also, wenn du jetzt so zwei sehr, sehr schlechte Spieler nimmst, die katapultieren sich dann auch ganz gerne noch weiter negativ nach hinten, ne? Ja, das kann sein, ja. Aber sobald, sobald du, keine Ahnung, 50%-Plus-Spieler bist und du bist mit zwei oder drei Leuten im Platoon, ist es denk ich, Win fürs Team und Win für euch. Ja, ich spotte mal. Ja. Da steht irgendwas in der Mitte, ich glaube ich hab... Ja, ich geh mal spoten. Ja. Ich picke jetzt. Erstmal festgefahren, Zuwurf. Oh. Ja, Chess ist so'n, äh, Fußball-Tanus-Believer, der fährt damit auch im Turnier. Ja. Er bleibt halt, da stehen wir, der Torteil. Oh, Scheiße, ich hab' Künnschaft. Jodelt dich der Schar, oder was? Nee. Guck mal da hinten ist Dreiecks-Convention. Ja, wie immer. Ey, wie die Torteils so wenig kassiert hat, ist mir grad ein, äh, wirkliches Rätsel. Naja, die ganzen Dreiecke und so, die konnten alle nicht schießen. So wie der sonst so stehen, ne? Die haben wie ein Metall-Ebel-Schossen, den Torteils-Typen. Ich steh' glaube ich immer noch da, ich seh' ihn bloß jetzt aktuell nicht mehr. Oh, der SCP hat aber auch Bock seinen Panzer wegzuschmeißen, ne? Junge, äh, come on. Fauen wir mal nach, der Torteils. Der I-Face-One hat auch übelst Bock seinen Panzer wegzuschmeißen. Warte, die Torteils mit Kamerad, oder wie? Junge. Der Leo hat auch Bock, wie ich sehe. Wir haben alle Bock. Ja, ein Poppiers haben nicht so wirklich Bock mitzumachen, ne? Lass' mal die Neuner machen. Die Torteils ist ganz wild, warum will ich denn die nicht? Ne, ich verstehe, weiß ich halt auch nicht, aber ich verstehe so Leute wie unser Jagdräger hier. Die stellen sich da einfach hin, machen ein, zwei Schüsschen. Dann ist halt Feierabend. Ja. Da wird auch gar nicht in Deckung gefahren, oder irgendwie. Ach, hier ist jetzt von... Die 20, 20, stand die ganze Zeit hier hinten jetzt, oder wie? Ist der Schader jetzt noch? Ja, ich glaube er ist gerade ausgelösen. Da ist die Ratte. Hey, 22 auch Instant One-Hit. Perfekt, ja. Einfach auf Kette stellen. Guck mal, die ganzen Dreiecken. Dann haben wir noch Dreiecken und Artils und der V-State. Ja, aber warte mal. Was richtig, bitte? Bleib einfach stehen und Sniper, wenn du kannst. Kannst dir wahrscheinlich jetzt hier noch 10.000 Spotting holen. Warte ich nicht, aber ich versuch's. Boah, da werden sie. Hallo. Nein, ach guck mal. Ist der da abgenudelt? Ja. Guckt der in unsere Richtung? Der steht da unten. Wow. Ich seh ihn, aber ich kann nicht... Ach, hier ist ja noch ein T95. Okay. Alter, er steht da aber auch wie der letzte Endgegner. Danke. Okay. Ja, ich kann ihn nicht mehr spotten durch. Boah! Noch einer! Ich hab nur kurz rausgeguckt und da steht noch ein T... Alter, ein Typ jetzt in der Mitte könnte den T30 ernten. Unser Waffenträger, wie lost. Ich könnte halt gerade alles ernten, wenn ich nicht... Du kannst alles ernten, ja. Wenn ich nicht die ganze Zeit daneben schießen würde. Jetzt müsste einer in die Mitte fahren, der Waffenträger. Okay, Waffenträger fährt in die Mitte, der braucht bloß noch. Der ist langsam. Junge, ey, aber dieses 3x-Game, das ist halt so bad, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja gut, aber da können ja jetzt die Leute nichts für, ne? Das ist ja mehr so, äh, Wargaming. Naja, doch. Ne, ja klar. Aber sie können halt trotzdem mitspielen, ne? Mit dem Jagdpanzer in der Basis stehen, mit dem Waffenträger da. Mit dem T30, mit dem T95. Da musst du halt... Kannst du dich auch schon mal bewegen. Kann man halt einfach mal mitspielen. Aber ja. Ja, vorher unsere Leute lernen, dass wir reden. Ja, ich glaube, das ist ja einer der Gründe, warum die Leute eher ein TD spielen, weil sie... Ja klar. Die Vorstufe zur AT. Ne, dass es halt einfach angenehmer ist, weil man nicht ganz so viel Verantwortung hat. Ne? Ja, also Vorstufe zur AT. Oh, der Waffenträger. Du, der steht da. Der steht hinter dem Baum. Du siehst ihn bloß grad nicht. T30, soll der einschießbar sein für euch? Nice. T95 dreht sich um grad, ne? Ah ja, gut. Jawoll, Welle pushen auch. Der Waffenträger ist beschäftigt. Also, ja. Easy game jetzt. Ich gönne jetzt Margret erstmal noch ein bisschen Schaden. Naja. Hochmut kommt vor den Fall, ne? Gibt noch zwei Artigscheinen aus der Ecke. Wieso Hochmut? Ich wollte dem Jagd den Schaden gönnen. Nicht. Andersrum. Also, du willst den gegnerischen Jagd den noch ein bisschen schießen. Ich will ihn füttern. Okay. Ich bin gespannt. Das ist leider Schmuck von HP. Habe ich jetzt gesehen? Oder? Ich glaube, erstmal will er dich füttern, ne? Toll, wie er da oben drauf steht, alter. Hier ist nicht drin. So, jetzt ramme ich den BT. Ja, SC. Jetzt. Oh! Ich bin von dahinten. Der pennt ihn mit Heschi. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt die Unterwand gesehen hat. Na gut, dein Plan hat funktioniert. Ich seh. Ich seh schon. Ich glaube, der Stritzbein will dir einfach ne Rampe bieten, damit du nicht runterfahren, nie runterspringen musst. Wie er da steht. Ja, hallo! Wie so'n Fisch, weißt du? Die Krüme an der Oberfläche. Ich bin da schön. Nice. Oh mein Gott, ja. Yo, Fisteros! Vielen Dank für die 8 Monate, Dankeschön. Und Quantum Case, vielen Dank für die 16 Monate. Dankeschön, viel, vielen Dank. Fettes Dankeschön. Moin Dugan! Hallo, ich bin's! Also ich persönlich sehe da eher Wargaming in der Pflicht, sag ich dir, wie es ist. Klar kann man jetzt sagen, man kann natürlich mit einem T95 oder einem Jagd-Ear auch noch anders mitspielen. Auf der anderen Seite, wenn du so viele TDs hast, der Jagd-Ear fährt dann in die Stadt zum Beispiel und wird von Gott und der Welt alleine gelassen, weil der VZ ins Valley fährt, würde ich vielleicht sogar auch gar nicht machen. Ich denke einfach, es wäre dann vielen damit geholfen. Wenn man einfach ein Template sagt, so maximal vier TDs, besser nur drei, keine Ahnung. Dann steht man sich nicht auf dem Schlauch. Es gibt ja auch nur begrenzte Positionen für TDs. Und dann kann man das halt von vornherein vermeiden, dass die Leute nicht gewillt sind mitzuspielen, aus welchen Gründen auch immer. Nee, aber ich meine, das Problem ändert sich nicht, wenn du ein Template einführst, weil der T30 wird immer noch der Dreieck sein und sich nicht bewegen, obwohl er eigentlich ein Heavy ist. Der Jagd-Ear wird sich nicht bewegen, obwohl er eigentlich auch ein Heavy ist. Ja gut, aber dann sind es nicht sieben oder acht Leute aus einem Team, sondern dann sind es halt nur zwei oder drei, so weißt du, wie ich meine? Richtig. Da muss man damit halt leben. Ein WZ-111-Driver, der kein Alpentiger ist. Ganz, ganz wilder Retro-Gamer. Ja, ich habe da noch so ein Premium. Kann der noch was? Der habe ich damals im Marathon frei gegrindet. Nein, ich werde kein Cent. War das nicht sogar der erste Marathon-Panzer? Ich glaube, das Super-Panzer war der erste, oder? Kamen wir nicht danach? Ja, also die war... Oder die 6? Nee, die 6 war nie Marathon. Okay. Ich glaube, entweder der WZ oder Super-Panzer. Bei dem WZ war es so, ich habe den... Er spielt, eine Runde gefahren, verkauft. Obwohl er mittlerweile gebraucht wurde. Er hatte 189 statt 175 Peng, glaube ich. Wow. Das ist schade, ne? Are you serious? Drifte hier über die Hügel. Für wer auch immer hier kommt, ne? Oh, nice. Das ist nochmal so... Ist nochmal so ein gegenseitiges... Der eine, der äußerst innen fährt vor, dann fährt der nächste vor und dann der andere auch. Ich hasse es außen zu stehen. Jetzt schauen wir noch einen Meter weiter nach vorne. Dann fahren alle wieder einen Meter weiter und alle stehen draußen. Oder er steht so weit vorne, dass wir schon wieder rückwärts fahren können. Genau. Oh, nein. Nein, du Idiot! Der Gamer-WZ hat es versaut. Ja. Er kommt. Oh, er ist halt scrapped. Richtig gierig. Aber es sind zwei Artis, ne? Wo jetzt der Schar sagt sich, komm, scheiß drauf. Ich meine, wir sind top tier, ne? Hi. Oh, Emil. 512. Au. 512 kriegst du zurück. Ja, ja. Halt. Gib mir der Siebener hier. Arti hat auf jeden Fall Bock, wenn ich das sehe. Mach der Komponier da, der piekt nicht, oder? Doch. Wollen wir zum nächsten Felsen fahren? Oh, beide Artis. Ich mach halt ab. Bild ist, dass der da steht und zugeht. Das sind diese kleinen Stippengäser, ne? Die halten Tarnwert besser als jeden, als jeder Push-Fahrer. Wollen wir da jetzt wirklich vorfahren oder zurück? Ne, guck mal, unser Team-Push doch oben rauf. Also einfach mitfahren. Ich hab ein bisschen Angst, dass wir gleich die Base verteidigen müssen. Ja, aber wir überfahren die hier fix. Ich glaube, wenn wir die jetzt nicht killen, dann wird das Platoon hier alles auseinandernehmen in unserem Team. Und wen fisten wir zuerst? Die Achte hier. Sorry. Ja, ich prall ab. Ich flank nochmal. Ja, ja, ist gut, Stefan. Jetzt ist gut. Minas. Boah, die Ate hat richtig Bock, Mann. Sehr schön. Ja, und jetzt können wir ja entspannt Base-Stacken, würde ich sagen. Ja, entspannt. Sollen wir nicht lieber hier links rumfahren? Ja, ich guck bloß kurz, ne? Vielleicht ist der Even hier irgendwie am Crossen oder irgendwas. Genieße die Aussicht von hier oben aus. Ey, wir liegen 4.000 AP hinten, laut meiner Anzeige. Ja, aber das ist ja, weil die da oben noch nicht, ähm... Ja, aber... Es wird angenommen, dass die alle voller AP sind, aber die werden tatsächlich nicht alle voller AP sein. Aber ja, ich denke auch, dass wir AP-Tisch gestalten werden. Doch, werden sie alle. Hatten wir nicht einen T95 da drüben auf der Flanke? Ne, der ist hier oben. Ja, der ist da geplatzt. Okay, das wird jetzt interessant. Die, 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 die... Ja, Mama, ey... So... Ah, 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 da ist schon mal der erste Schar. So... Er kommt auf jeden Fall voller P und geht wie ein Mann, wie ein Mann. Was kommt der hier? Ah, hier. Oh. Ich versuche ihn zu checken. Was du möchtest, der macht einen Schuss und dann war es das für ihn. Oh, der junge arme TGP. Alter, jetzt, WZ, VZ, wie auch immer. Ich fahr gleich andersrum. Da ist die Ratte. Ich stirb jetzt wie ein Mann. Ich brauch den Kill. Zack. Die andere Ratte steht auch da oben. Alter, shit. 430er ist da, ne? Wo? Ach, der hat noch einen 430er? Die haben noch einen 430er? Ja. Wo ist der? Unspottet. Keine Ahnung. Yo. Doktor Dietrich. Vielen Dank für die zwei Monate. Dankeschön. Und Captain Klatscher. Vielen Dank, dass du Tom2Go in den Substream hinkst. Dankeschön. Mojo. Vielen Dank für den erstmaligen Twitch Prime Support. Dankeschön. Ich hab jetzt auch mal so eine Wilde runter auf hier 6. Da war hier ein Tiger 2 die ganze Zeit zwar ein Bot, denk ich. Der stand die ganze Zeit dahin. Voll AP war nicht gespottet, gar nix. Der hat das Gefecht dann gewonnen. Was sind denn? 430er? Der kann doch mal machen. Kann doch mal machen. Ja. Ich fink so auch. Do you think so? Oder er liegt irgendwo ganz... Okay. Ja. Da steht einer unskautet. Ich wollte nur kurz piken. Die Arti war direkt drauf. Die hat... Meerwacht, okay. Hat sofort abgedrückt. Adi hinten in der Ecke und hier vorne der Scout. Damn. Gut gemacht. Nice. Aber der wär doch hier als AFK da nicht. Ah ja. Da ist er. Oh shit, die Arti. Warte. Die stand da vorne. Hat die mich die ganze Zeit gespottet oder was? Okay. Ach, Leute, jetzt ist er aufgewacht. Der Spotprogramm ist aktiviert. Was? Auf einmal schießt der so. Hä? Auf einmal schießt der. So wie so eine Mumie. Ich bin auch gar nicht tot. Ich hab mich grad voll erschrocken. In den ganzen Zombiefilmen, wenn die die ganzen Leichen inspizieren. Ich hab mich grad voll erschrocken. Auf einmal krieg ich von irgendwo einen Hit durch. Denk, hab ich dir noch einen Panzer übersehen? Und hier einfach auf einmal aufwacht. Das war aber auch der einzige Schuss, den er gemacht hat. Oder er hatte eine richtig fette Pizza gerade und hat sich gedacht, okay komm, rechte Maustaste, linke Maustaste, wenigstens drück ich noch einmal ab. Was ist 10x M8? Wollen wir nicht, oder wollen wir Heavy Guaster? Keine Ahnung. Ich weiß auch grad nicht ganz, was wir hier machen. Wir gucken einfach mal. Vielleicht können wir ja zweier Linie... Vielleicht lassen die Gegner das offen. Können wir mal ein bisschen pushen gehen. Ich bin halt blind wie eine Eule, ne? Aber guck mal. Ah, der Streuselwagen lässt das bestimmt offen. Ja, guck mal, die Leoparden, die spotten beide. Ja, die würden trotzdem keinen Streuselwagen spoten. Egal, 15 Sekunden. Soll ich einen Streuselwagen machen. Gegen deine APCR ganz schön viel. Und gegen deine? Ich hab keinen. Ah! Rekt von 0. Zack. Er dreht. Also jetzt kannst du ihn anfangen zu löten. Nee, ich mach erstmal hier den anderen. Achso. Okay, Johnny. What? Komm, ich nehme ihn. Verschwende keine Schlüsse. Du musst den Dings killen. Ja, dann. No Damage an der ARTI. Oh mein Gott. Perfekt. Perfekt. Und der ARTI jetzt 1000 AP hier dagelassen. Geil. Gut gespielt von mir. Ich lade Maus, ja. Ich jetzt auch. Das war ein Maus-Gameplay. 750 dBm, ja. Nicht mal. 492. Oh, aber warte mal. Scheiß da auf den E4. Lass mal hier aufstehen, dass wir gleich auf dem Hügel ballern. Guck doch mal da. Das kannst du machen. Ich halte hier drüben rein. Ja, okay. Na komm, let's go 87er, da rein. Ich muss eh noch 20 Sekunden nachlangen. Oh Gott. Oh, da kommt aber ein E100 mehr entgegen. Warum schießt der nicht zurück? Was ist mit ihm falsch? Was? Wird er nicht kennen können. Nice. Oh, sorry. Oh, scheiße. Geht's dir wieder Crashkid? Ja, ja. Ich hab den nicht gesehen. Na du, Salbung da vorne. Let's go. Ich will den Leo haben. Ich nehm alles, mir ist egal wen. So, ich bin im Reload. Wir müssen aber mal aufpassen hier mit der Salbung und so, ne? Unser Base wird gerade weggejallert. Ach, shit. Ich hab schon wieder vergessen, wie man hier hochfährt. Soll ich's dir kurz zeigen? Ich fahr einmal nach ganz hinten, ja. Ja, ja, ist okay. Die stehen schon in unser Base. Oh, ja. Der S-Kong ist jetzt hier. Die sind vom Hügel runtergekommen. Full HP, ja. Der VZ ist auch cool. Full HP Chief, dann kommt der ganz entspannt dran. M6 auch noch dahin. Ach, der sieht richtig gut aus bei uns im Team. Ich werde jetzt den VZ oder so in die ewigen Jagdgründe löten. Das klingt gut. Nein. Irgendwie viel kann ich lohnen. Bin im Reload. Ja, wurde ich auch, aber ich bin jetzt tot. Na gut gemacht. Jawoll. Alter, das war ein Rumgestürze. Wir hätten den S-Kong und den Dings da jagt. Wir hätten viel schneller killen können, glaube ich. Oder unser Team, meine ich. Na gut, du carryst das. Das ist ein Gerammel, ey. Kann ich jetzt hier crossen? Wo ist denn der E4 jetzt denn? Oh, Leopard, warum musst du jetzt... Ach komm, warum seid ihr denn jetzt alle so superschlau? Warum habt ihr Brains, Leute? Ist halt wirklich so... Ja komm, machbar hier. Oh, der Leo piegt und der E4 prallt an ihm ab. Oh, was machst du? Nice. Also der E4 ist jetzt kein Problem mehr. Die pushen hier drüben grad hart. Oh, Leo! Oh! Die Leute, die ja fordern... Die fordern auch alle ihr eigentlich grad heraus hier. Gimm ihn ab, Leo. Genau. Nimm den rechts, komm, mach noch einen Schuss wenigstens, Leo. Nice. E4 kannst du auch beschießen, ne? Der guckt nicht in deine Richtung. Der hat jetzt Probleme mit dem STB. Der guckt nicht, guckt immer noch nicht, hat grad geschossen. Jawoll. Nice. Gewinnen wir das. Sehr geil. Oh, schönes Ding. Sehr nice. Die Runde sah aber wirklich so lost aus zwischendurch. Aber der Chief Tank Kill, ich liebe es immer. Letztens hab ich ne Runde verloren, aber ich hab mit meinem Tiger 2 in 279 gekillt. Ich hab mich gefreut wie ein kleines Kind. Ah, schön. Schön, schön. Oh! Sehr nice. Atzentanker. Sehr nice. Atzentanker? Mit 1138, das reicht. Boah, die kosten mich nichts. Außerdem freuen sich dann alle aus dem Klaren. Wie gesagt, das hat er damals seinesgleichen gesucht, das Gun Handling auf dem Heavy. Dann kam der Super Conqueror. Was? Gun Handling? Ja, kann ich. Äh, High Down, Seengard Gun Depression? Kann ich auch. Spaced Armor bis zum Kotzen? Ja, kann ich. Und damals, oder jetzt, oder heute sucht alles außer der Gun seinesgleichen. Man hat es halt in Kauf genommen für das Gun Handling, dass man halt jede zweite Runde gebrannt hat, ne? Mhm. Ich fahr den immer noch mit automatischem Feuerläscher. Ich hab grad mal hier so eine Config eingebaut. Mal gucken, was damit geht. noch, noch davor der 10er Medium FV 4202 und dann kam der Centurion und alle haben so gesagt, alter, was das für ein geiles Gerät mittlerweile. Ja. Kann man nochmal spielen, muss man aber nicht. Aber hier, das ist 113er, ist ja auch so. Das ist auch auf Oldschool angelehnt, der Kollege, ja. Und der Kranwagen nicht. Der Kranwagen soll sich mal zurück machen an seine neue Zeit hier. Was? Was? Da sind unsere Oldschool-Panzer untereinander fahren. Ui, der wird ja schon heftig gepusht. Ach, Reha Chief, der ist ja auch noch da. Boah, haben sie gleich noch. Aber die Kranwagen hat auch. Das wird eckenhaft jetzt. Ja. Aber wenigstens hat der Kranwagen nochmal kassiert. Der ist ja grad hochgefahren. Steht Hildown, ne? Der interessiert, glaub ich, gar nichts. Nö, er steht nicht Hildown. Okay. Er steht, wie der letzte Plep. Ja, er fährt immer noch nicht ins Hildown. Jetzt ist er Hildown. Wow. Doch, hab Bock. Doch. Ne. Ne, doch, 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 ne. Was ist das? Der Kranwagen beschießt mich. Bist du gespottet? Weiß ich nicht. Entweder Perma oder... Ich weiß nicht. Du guck mal, es ist alles gespottet. Ich weiche aus zur C-Linie und fahre da durch. Ist so einfach, ne? Ist so, ja. Warte ich mal mit. Boah, was. Wer hat denn dir da gerade in den Turm geheatet? Der Verbündete tatsächlich. Der Verbündete... Ach, der Progetto war noch nicht offen. Das war der Einzige. Und der steht hier. Na gut. Aber zu zweit, glaub ich, sollte der kein Problem darstellen. Ich hab grad tausend Spotting bekommen. Bild. Easy. Nein. Schießanfall. Einer da raus. Okay, wir haben HP. Lass uns einfach weiterfahren. Ich mein, die Heavis können nichts gegen uns machen. Der darf uns gleich ins Heck schießen. Ne. Wir können einfach hier... Guck mal, die kommen nicht ran. Du musst dich halt inhalten. Oder hier. Tief halten. Gott sei auf dich. Einfach durch. Der Leo... Kann der Leo da picken und nicht sterben. What the fuck, Team. Hat Bock? Ja, wenn du... Ja, gefallen. Na komm, lass uns einfach durchfahren. Ich mein, je länger wir warten, desto länger kann der nachladen, weißt du. Müsst du jetzt hier gleich mal von der anderen Seite... No. Fuel Tank. Die N100 picken? Ich drehe mich um. Ja, war sehr gut. Easy. Die... Komm... Na eh und das. Was wird denn das? Ja. Oh, jetzt merken sie mal hier, ne? Ne, ne, ne. Uns hier ist nicht zu sparen mit uns. Okay. Du bist jetzt hier. Pfff. Oh shit. Ah ja, gut, da steht alles. Ups. Ups. Scheiss. Ich war greedy, ich war dem Leo. Ja, ich wollte sie auch. Unbedingt die Hescht drücken. Da steht ein Fosch. Ne, aber trotzdem nein. Ja, ich denke, haben wir noch ne Chance, ne? Ich denke, die Mediums hätten sich nie von allein bewegt. Ich mein, der Udis, der hätte aufwirken können. Der hat die ganze Zeit nur da gesessen. Kann man das gewinnen. Ja, das sind halt so Situationen, die kann man alleine nicht bringen, aber zu zweit geht's halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Mal jetzt nicht unbedingt zu... Ach komm. Schon wieder unnötig, ne? Ist das jetzt eigentlich schon gewonnen, oder ist das noch... Ich denke schon, dass es gewonnen ist. Unsere Mediums, die... tun sich halt bloß sehr schwer mit... mitspielen da. Lego Park, Udis und so weiter. Die müssten einfach Druck machen. Drehn. Oh, lol. Mit AP, Alter. Was ist das denn für ein Gangster? Ja. Ja, guck mal, du winkelst deinen Turm nach unten, der muss einfach nur treffen. Der muss einfach nur treffen und der pennt dich. Ich weiß gar nicht, ob er den FAU sogar overmatchen kann. Ja, ich glaube schon. Ja. Aber ich meine, dass er überhaupt trifft. Er sieht ja nur mit der dummen Kanone. Ich treffe mit der FAU immer nur, wenn ich den ganzen Panzer sehe. Das ist halt 2013 eine Panzerung, genau. Äh, ja, ja. Darfst du nix erwarten. Da war der FAU auch noch gut. Genau, obwohl der auch eine 2013 eine Kanone hat, der FAU, aber dafür reicht's dann. Okay, wir nehmen das mal als Gewonnen an, würde ich sagen, oder? Ja, ja, ich hoffe. Der Theron und der Leib macht das gut. Der spottet links, spottet rechts. Ja, das kriegen die. Ah, jetzt macht der ihn auch noch. Aber der CS wird noch drauf gehen, oder? Aber wen? Ach, hier. Das war einer, der... ...Chieftain war aus nem... ...Chessclan. Ach, der 113er auch? Der ganze Platoon, ja. Die wussten grad nicht, wie ihnen geschieht, glaube ich. Ich war da auch die ER in 113er. Es war ganz geil, wie sie einfach da standen und nicht weiter wussten. Ja, ja. Los. Jo, jo. Kegelmeister, vielen Dank für die 16 Monate. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ah, das war doch lustig. Fullschool. Jetzt nehmen wir T62A. Machen wir. Ich bin nicht auf Scout ausgelegt, ich bin quasi Medium. Ja, ich bin Scout, aber trotzdem eklig. Ja, wollen wir einfach hier hinten irgendwie? Keine Arti, ne? Ich mach mal ne fixe Runde durch die Mitte hier. Ich hab Turbo dabei. Schnellster Denk im Game jetzt einfach. Fat Red schreibt da an. Was? Einer schreibt Fat Red da drüben. Nicht wen er damit meint. Dich. Dich. Mh, wahrscheinlich das. Den hier durch die Gegend gleitet. Oh. Spottet die Ecke? Das ist schon der Erste. Ja, abgeschossen, hab daneben geschossen. Sehr schön. Ich werde nach... Ich werde nach... in der Position. Ja. Aber er steht da jetzt sehr gut mit seinem E50. Ah! Ich hab nichts gesehen, natürlich. Mein lieber Foch. Hallo. Hier bin's. Steht da und nimmt er mich dort ab. Okay. Was ist denn das? Was ist denn das? Der VZ ist schon am Zurückfahren, ne? Ja. Also ich mein, du kannst ja versuchen von ran zu fahren, aber ich mit meiner Madenkanone, aber ich weiß ja nicht. Ich muss jetzt auch nicht gleich mehr Tausender fangen. Erstmal chillen. Und auf dem Manticore ballern. Zack. Schelle. Der Foch hier drüben, der starrt mich die ganze Zeit einfach nur an mit seinem eisernen Blick. Sieht der dich denn, oder nicht? Er sieht mich immer, nachdem ich geschossen hab. Also du triffst ihn nicht? Ja, ich hab seinen Weakspot im Visier, aber mit der Kanone treff ich halt nur jeden zweiten. In zwei Minuten hab ich ihn. Den ersten Schuss, oder was? Ja, hab ich ihn tot. Ich bin im Cross gespottet worden jetzt hier gerade. Ah! Guck mal hier. Jetzt bist du ein Unfall vor mir. Du langweilst mich so ein bisschen, aber ich mein, mach, was du denkst. Kann ich auch mal mein Glück versuchen? Kannst du machen. Ja, du hast zwei Feuerpositionen, einmal da und einmal da. Aber ich hab keine Gun Depression. Probier mal, sonst fährst du dir heute vor. Ich geh erst immer nach dem Schießen auf, ne? Bin mir nicht sicher, wie's bei dir ist. Check mal. Ich muss mal hier vorne gucken. Also ich bin nicht aufgegangen. Ja, er guckt mich seit drei Minuten an. Da guckt mal, er fährt ein Type 5 grad durch die Mitte. Ja, dann mach du mal da von da. Ja, ich mach von hier. Ja, ich geh erst mal den Typ 5 beschießen hier hinter uns. Das ist doch nicht mehr normal. Wir haben die komplette Seite von ihm. Ich treff den halt nicht, aber... Ja. Was ist Typ 5 hier drüben? Lass uns den erst mal nehmen. Ah, ne, wer meint. Er hat in dem Moment vom TD kassiert. Dann war er weg. Dann probier's jetzt noch mal. Jo, ich bin auch wieder bei dir. Ah! Oh, sehr schön. Ah! Ah! Warte mal, er sitzt jetzt auch. Jawoll. Fahr doch weg! Oh! Jetzt hat er Streusel lang. Will der jetzt hier drauf gehen, der Typ, oder? Oh! Jawoll. Jetzt ist er wanted. What is your problem, dude? Echt. Jawoll. Ey. Der war nicht AFK. Der hat die ganze Zeit seine Kanone hinterher bewegt. Es war an Bord. Safe. Ich rahm jetzt den... Ich hab übelst Bock, den... 13.05 da zu rahmen. Cool. Ja, let's go. Er rennt auch nicht, ne? Hinter uns ist der Furze. Gleich aus. Zieh ihn auf mich. Guck mal hier. Und gib ihm. Oh, schönes Ding. Ich brauch einen Schuss. Fahr runter, fahr runter, fahr runter, ja. Ich brauch einen Schuss. Ja, ich hab... Ich lad grad. Ja. Ich hab ihm schon ne fette HE gedrückt. Jawoll, der kassiert auch da unten. Der Fauch versucht zu fliehen, würd ich sagen. Oder wird gleich versuchen zu fliehen. Den können wir dann nehmen. Nee. Ey, Foch, mein. Manticore links. Der Streuselwagen lässt sich aber auch einschenken. Was geschieht da drüben, Mann? Fuck. Projeto durch mich. Ich dachte, ich stehe rückwärts. Ich stand vorwärts. Damit. Krasse. Was ist das für ein Krasse? Wollen wir von hinten an den Rand fahren? Drill zwei? Ja. Komm nicht an den Rand. Vorsicht, fahr vorbei, ja. Wollen wir beide an den VZ ran fahren von hinten? Ja, aber da steht noch ein Streuselwagen links, ne? E3 natürlich auch. Scheiße. Okay, mit E3 habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja, hast recht. Das war noch Geld. Wenn du dann versuch dich rauszuziehen. Dann noch kommst du ja raus, vielleicht kannst du den VZ dann holen da vorne. Ich weiß auch nicht, was unser 121 B macht. Ob der... Steht da so rum? Oh, das ist risky, da. Nice. Ja, ich wollte dich hier weg. Ah, jetzt muss ich falten, oder? Ja, du kannst einfach durch die Mitte wegfahren. Lässt dich zugehen und dann fährst du einfach hier zurück. Fertig. Der 121 B, den verstehe ich gar nicht. Der Eiert hier die ganze Zeit in der Mitte rum, der hat auch von dem Manticore gar nicht mitbekommen hinter ihm und so. Aber das Highlight der Runde war definitiv der Foch, der die ganze Zeit nicht weggefahren ist. Guck mal hier, der 268 könnte helfen. Jawohl. Ich meine, wenn ihr den VZ killt, ne, dann habt ihr die Flanke offen. Dann gibt's da nur einen Hulldown E3 zu bekämpfen. Ja, das ist ja... Unsere Hewis gehen grad den E100 an. Unsere Hewis um noch was gut HP. Ach, der guckt nicht mehr an zu euch. Ich meine, immerhin ist der 268 jetzt auch dabei. Ja, ihr könnt jetzt gut ausgraben hier. Ah, Streuselwagen hat sie aufgelegt. Ah, E268, okay. Der 121 B mit seinem Auto eben hier. Oh, lol. Maus hier steht... Ich hab mich grad die ganze Zeit gefragt, warum sich unser Stritzwagen nicht bewegt. Dabei ist seine Crew ausgefallen. Alter, wie haben wir da grad so viele Heavis verloren? Ich hab mich grad so viele Heavis verloren. Deine Crew ist einfach tot. Ach Gott. E4 stirbt jetzt bei uns. Ja. E4 ist tot. Beide haben sie verschossen. Perfekt. Ach Leute, come on. Schau nicht auf den Chat. Krass mal, der E3 zieht den Stiefel aber auch hardcore durch, ne? Ja. Ja. Unser IS-4 auch hier oben. Paper1983, der sitzt einfach nur da und wartet. Ist voller P, könnt ihr hier einfach weiterfahren, aber... Oh, Alter. IS-4. Oh, no. Vor allem der E4 ist fast voller P und der IS-4 genauso. Warum pushen die denn nicht? Okay, noch sehen. Was, wenn du für den IS-4 das 268 spotten kannst? Oder bist du... Ich kann grad... Ich bin hier grad stuck, weil der E3, wenn ich links oder rechts von dem Stein pieke, spottet mich. Ja, wenn du ihn versuchst irgendwie zu baiten, dass er einmal schießt und du wegfahren kannst? Weiß nicht. Weiß nicht, ob du hier diese komischen Fichten oder Kiefern umhauen kannst. Genau, um da ein bisschen Karma zu kriegen oder so. Genau. Oh, IS-4 macht doch was. Unser E4, ne? Mit 1400 AP steht auch einfach da und wartet. Gleiches gilt für den IS-4. Jetzt schreibt er auch im Chat. Äh, Geist. Bist du jetzt offen? Ja, er hat doch grad auf mich geschossen und ist gebounced. Oh, sorry. Schon wieder geschossen. Hi. Jetzt pusht er mich, oder was? Er pusht sich ja, aber hier unten kann es ihn ja super outplayen. Kann es dann auch weiter runterfahren, ne? Geradeaus, da ist über viel Platz. Wie viel Rap jetzt hat er denn? Vorsicht, dass er dich nicht rahmt. Jetzt hast du ihn mit Hosen runter. Mhm. Nur hoffen. Er hat sich selber fast grad an den Tod gerammt. Nein, ich bin nur kurz gegen die Kette gegengedonkt, damit er getrackt bleibt. Sehr schön. Dann guck mal, was die anderen Typen im Süden geschafft haben. Nichts. Aber das 268 hat auch nie vor gehabt, ihm zu helfen, oder? Mhm. Scheiße, Mann. Aber der schießt auch nicht in die andere Richtung. Doch jetzt hat... Ne, warte, er hat noch nicht geschossen. Ich sag dir, soweit er geschossen hat. Lol, hast du einen Luck. Ja, das... Aber ich muss... Wenn ich jetzt wirklich lucky bin, muss ich ihn jetzt mal... Du kannst ranfahren und die dann vielleicht über die Turmluke outplayen, ne? Das sollte gehen. Also, du hast dir Zeit. Kannst du dem Schrittzwang noch einer mitgeben, vielleicht? Hast Zeit, hast Zeit. Nice. Hat geschossen. No. Keine Gun Depression. Oh mein Gott, du. IS-4. Er seufzt sich. Ich muss hier... Unentschieden. Unentschieden. Sorry. Oh mein Gott, du. Der IS-4, guck mal. Der hat 300 Damage gemacht die ganze Runde. Bestes Unentschieden. Nein, Spaß beiseite. Mein Fail. Ja, ich mein, ich hab auch nicht den... Der IS-4 war voller Pena. Der hat sich dann einfach gesorfen, weil er es konnte. Ich dachte, wenn man den letzten Panzer... Ich hab jetzt ehrlicherweise echt gedacht, wenn man den letzten Panzer gekillt hat, ist sie. Kann ich machen, was ich will. Ja, ne, glaub nicht. Ja, anscheinend ja nicht. Ich hab echt... Also ich hab jetzt wirklich geglaubt, dass ich jetzt da einfach Yolo runterspringen kann. Das ist eh geworden, weil wir den letzten Panzer gekillt haben. Guck mir grad nochmal den Foch an. Er liebt seine Autoloader und ich glaube, es war kein Bot, er spielt jede Runde so. Wer? Der Foch, der am Anfang da stand und sich hat bespaßen lassen von uns. Ich fand den E3 viel spezieller, ehrlicherweise. Der war auch nicht verkehrt. Aber der hat vor allem... Oh, oh. Er steht da immer. M8A1400, Gefechte, SU-76, 88... Ich fand ja lustig, wie er einfach random vor sich in den Felsen geschossen hatte. Ja, wir müssen jetzt wieder Happys... Ne, was denn? Medium.